da macht er mit uns da kommt ein zombie ich nehme ich meine axt wieder oder ist das military das military zombie ey martin klau nicht mein zombie hört er hinkt irgendwie jetzt macht nicht euch gegenseitig der martin hat mir mein zombie geklaut in die stadt die spieler warten schon auf uns wenn wir so mit den lauten dingen herumschießen da kommt zum bis aus zehn kilometer hast du gerade gesehen wie gut das geklappt hat da und ausgucken da ging ich sofort hoch ja bricht ja nichts hey was denn das die machen werbung für das militär was ist das denn für ein ort hier expan der lacht aber komisch ist bestimmt einer der entwickler glaub ich auch ich geh mal in das grüne haus hier rein ich geh mal in das blocksteinfarben lässig äh so ein zombie hinter mir scheiße kümmerst du dich ich habe keine waffe in der hand ich komme bist du gut aber noch eine mitgegeben und ich blut im fall hast du bandage das noch ein zeuge ich will noch mal wo hilfe das hinter mir ich kann mich nicht verbinden leute indem ich ja ja da zuckelte und jetzt glitschte hier sind definitiv keine spieler ich habe so ein ähnliches gebäude wie ein tower gesehen okay so eine art gefängnis ist das glaube ich da gibt es ein cooles loot ich stehe in der einfahrt äh hier ist munition drin und ein shirt das zerreißt sich so hä bist du das hier wo die ja guck mal da das ist so ein knastgebäude da irgendwie und die sind auch so baracken ja die ist schon die tür offen einige türen offen alle hm aber hier liegt noch zeugs also noch nicht gelootet anscheinend braucht jemanden schinken oder thunfisch hier liegt saufel zum essen herum ja essen immer mit so viel also wenn du noch ein bisschen was mitnehmen kannst kannst du nehmen können wir nachher verteilen ne was ist das für muni die du da sammelt 35er magnum ach da habe ich ja noch einiges aber die brauchen wir noch nicht mehr kennen ne das ist glaube ich ein magazin dafür ja brauchen wir das für die magnum ja 75er mag äh steht hier drauf magnums haben doch kein magazin die haben doch einen trommelrevolver hm naja 0 von 75 steht da drin was auch immer das bedeutet hey und endlich mal ein bier tschak n was ein tier pier hey stiefel mit nem rucksack military boots endlich was gescheites das ist nem rucksack blauer rucksack kleiner ne ne ist ein großer aber badly damaged badly damaged damaged aber ich habe zum beispiel magazin für meine waffe gefunden 30er magazin also hier gab es schon cooles loot ist wieder raus sind wir ja da ist noch so eine noch eine ganze halle ich finde wir sollten ein bisschen zusammenbleiben in der stelle ohje das alle türen auf sind finde ich irgendwie komisch hey habe ich hosen gebraucht oder hier sind winter hunter pants brauchst du die vielleicht hat ich habe ja auch hunter pants aber hosen habe ich und ich könnte ein bisschen besser geworfen also diesen badly damaged sechs plätze haben die ja ach ich habe ich ach ich habe wieder den bug dass ich nicht mehr lauf verkommen mann rechtsklick ja geht nicht hast du noch mal hosen ohje sind das höre ich spring hunter pants wie gesagt mit dem nähting kannst du es um eine stufe verbessern da kann man das dann nicht mehrfach benutzen äh ne das kannst du also du kriegst sie nicht wieder ganz in ordnung sondern nur auf ich glaube warn oder so ist das beste noch ein großer rucksack hä was ist jetzt passiert hä aber das ist christine ich tausche mal ok was denn martin was denn was denn ganz komisch ich glaube ich lehne mich gerade kann das sein ja das geht ja ich habe mich außerdem gelehnt und deswegen habe ich nicht mehr laufen hey ich habe eine high capacity west gefunden mohaha ich hätte hier noch cargo pants da kann ich ja deine alte auftragen ich habe auch keine weste die liegt hier unter dem bett ist so eine press west die hat sechs plätze auch kann man über die jacke ziehen naja ich bin ja gerade beim umsozieren martin wir sind ein bisschen weit weg von dir du musst du alleine bekämpft ich glaube er hat mir gar nicht schön also ich bin da über die panzer rumstehen hä wir sind in so einem ja ganz am ortseingang da ist so eine art gefängnis und baracken und alles ja ja in den baracken haben wir schon ein richtig gutes loot gefunden allerdings sind die alle türen offen das wäre ein bisschen komisch eine pistole was denn für eine makt makarov ich nehme mal eine ich nehme so weit weil ich habe keine okay ich habe ich bin so klein aus warum die französse nicht was die frau hast du die press west eingesammelt ja die ist eigentlich ganz cool aber die high capacity west ist ja echt krass wir sind noch nicht in dem großen gebäude und auch alle türen auf in welchem zustand sind die cargo pants es ist nur ein magazin für silvius munitions art aber falschen falscher waffentyp die munition drin schon wieder rucksack 56 munition habe ich noch mal ein 30er magazin mit meiner munitionsart glaube ich was brauchst du ich brauche ich brauche 5,56 ja ja echt 20 schuss genau das war sehr gut jetzt sind wir aber so gut waren wir noch nie ausgerüstet herum liegt noch mehr liegt noch mehr defensivium irgendwann geht es mir dann auch dann dienen so eine jagd das ist ein mundschutz hey ne knarre nein was für eine ich weiß nicht wie man die hocke gehen da kriegt ein zombie rein erst zu euch rein ja die treppe jetzt hoch muss auch besser er lebt gut hast du denn da hingelegt den rucksack wurde ne rucksack habe ich keinen hingelegt nein da liegen hier überall ah der ist besser als meine ich packe mal um was für eine schachtel ah weapon cleaning kann ich damit irgendwas anfangen ich höre schon wieder ein zombie aus der ferne passt du mal auf wo die ob der zu uns hoch kommt ja was legst du da alles hin anscheinend kommt er nicht rein ich höre schon wieder die verzweifelnd geräusche ich bin da draußen ich guck mal ich sehe ihn es ist eine sie jetzt ist sie tot daisy wie denn dann donald ich denke es weil sie was ist das blood test kit moment ich bin gleich wieder da soll ich das mal mitnehmen wo die ja klar so ich habe blutgruppe a plus gut gerade getestet 380 auto ich muss jetzt mal schauen was ich dafür für munition hernehmen kann mit dieser mit dieser komischen markov pistole hat irgendjemand noch vielleicht ein ja ein magazin dafür brauchst du glaub ich keins magazin hab ich keins also brauchst du nicht für alles ein magazin kann man die vielleicht so laden aber dann nur ein schuss wahrscheinlich nicht dass das waren fehl von mir glaube ich damals da es gibt zwei lade optionen manchmal man muss irgendwie die richtige nehmen ja also die munition die ich hab die passt da nicht rein in die knabe wobei 380 auto doch doch das bin ich der die geräusche macht nicht erschrecken ja da steht es doch geht scheinbar nicht hat alle von euch klebeband weil ich glaube da kann ich meine magazine kombinieren habe ich ein 60er magazin ne habt ihr bei ach so ne ich hab es damals nicht abfeuern können wir dürfen für tier uuuuuh ja das hat sich doch gelohnt hier das gebäude oder und die die baracken ja 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 es gibt bestimmt noch weitere interessante gebäude hier oi was denn jetzt klitschst du für mich machst breakdance und kleid ist rum ja es ist immer wie du noch mal immer ach schaffst oh schatz nö wenn wir noch mal einen kompass finden wir nett ich bräuchte wieder mal in diesen beiden parken da waren wir schon aber kann man hier links auch irgendwo rein da diese schuppen vielleicht und erwartet martin glaube ich schon das stelle ich kann sagen da macht er wieder kalauer so seid ihr denn alle sehr einen grünen rucksack ist der silvio oder ja was tun ja also davor und hier war hier schon und drin also gehen die an türklicken normalerweise gehen türen mit türklicken auf schon alles das sucht hier der martin vorsicht hier können überall zum wie ich sage hast du mit den panzern kann man die irgendwie untersuchen ich erwarte martin schon jetzt schon alles offen da kann man hinten reingucken was schon drin definiere hier in dem haus ich sehe euch mal könnte mich doch nicht einfach stehen lassen schon wieder immer danach bei den panzern vorbei ich sehe dich aus dem schluss fenster aber leider nichts drin in dem haus ja jetzt bist du gerade natürlich vorbeigehen das soll ja weil das haus dahinter interessanter ist dieses hier mit dem kleinen balkon ich gehe mal in die garage schwarze jeans jacke road flair ist jetzt jemand von uns da drin dass der martin oder das ist ein haus mit piano ein roter mantel hier kann ich nicht nehmen ich will den roten man irgendwie kommt meine droge hier walkie talkie hey das ist doch die runde kompass kompässe oben auch der und wir christina ich hab hier so glück dass ich so nett bin die zeigen beide nach norden da ist was beim dämmen und hopalong cassidy's rustler roundup liegt hier noch ich hab grad probleme die waffe wegzustecken so die moment hier ist der kompass ich bin hier gerade verwirrt das spiel lässt mich dinge nicht tun die eigentlich selbstverständlich sein sollten wie die jacke wechselt also wie gesagt der ist übrigens ein tonen direkt jetzt wo war kompass alles oben du bist gerade vorbeigerannt stopp naja sehr gut jetzt wartet mal kurz ich muss heute kommt er hat sich abgesehen sind hinter dem gebäude ist ein brunnen oder was ja also vor den garagen welche garage einfach wieder dort wo du her bist das ist jetzt besser dunkelgrün oder hellgrün so ein helles helle grün leute ich finde den brunnen nicht ja warte mal wir holen ach da ich sehe euch wird wird jetzt aus ich die drink animation neu auch schon eine weile das ist schon neu aber schon eine weile so wie die drinkwater flaschen im roten schon ich gehe über die straße super lasst du mich wieder hier hocken ist doch alles safe ja dann suche ich euch jetzt gleich wieder richtig weiß wo ihr schon wieder hin seid gut hier ist wieder gar nichts hier war auch nichts da sind noch ein paar interessante häuser mal warten erst mal hast du ich hatte getrunken ja ich will jetzt hier noch diesen sack einsammeln können auch anderen leuten über den kopf stülpen es gibt ja was essen und trinken liegen lassen so irgendjemand hat gesagt er ist ein rotes haus da steht einer da steht einer da hinten sind ein paar interessante häuser das zweistöckige und das dahinter noch wo es da die treppen hoch geht das auto hier nichts drin aber da liegt was drauf oder vielleicht ist der rückspiel ja hier ist so eine halle ich geh da mal sag mal wie viel thunfisch soll ich noch mitnehmen und das hier ich gebe euch jetzt mal was zu essen ach das ist so ein so ein landkrankenhaus da weißt du so eine arztpraxis ja stimmt das hallo wo seid ihr ich habe auch genug essen ich kann es mir nicht mehr einstellen na es kann sich schon gebrauchen aber ich habe moment mit tabletten braucht doch kein mensch was für welche was für welche was für welche was für welche ich habe die schon mal benutzt aber irgendwie bringt das nichts ich weiß nicht ob es einen unterschied macht wo seid ihr in der arztpraxis in der blauen hier ist eine blaue jacke war badly damaged ein saline bag habe ich aber es donnert wieso aua was was laut hier alkohol tincture kann man das trinken ja kannst du machen bist du tot ich glaube kann man 100 prozent damit kannst du bandagen desinfizieren habe ich auch schon ausprobiert na stimmt und du kannst uns da irgendwie drauf äh drauf schrei äh oder drauf äh tunken zum wunsch mal desinfizieren glaube ich stimmt die bandagen werden da äh zombie wo ist er sieht denn jemand nö nein ich habe mal am fenster vorbeirennt sehen ich glaube er kommt rein weg 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 ok hast du denn ja gut ist tot er macht da gerade liegestützt jetzt ist er weggeglitscht oh ich glaube es hat uns aber ein zweiter gehört oh ne irgendjemand keucht ist der martin der keucht so gibt es ja noch was da hast du schon alles paar iv starter kits bleib mal hier ach so ja wo bist du und wo ist es so das ist der wo die oder ja ich reinige gerade mein wasser ist doch schon sauber ne wozu auch immer das gut ist gut danke ah reicht brauch auch mal irgendwie größere Weste oder einen gescheiten Anorak hast du jetzt erst hast du doch jetzt erst ne ne Press West bekommen ja gut aber wenn ich die beiden Sachen mitnehme ist mein ganzes Gepäck bis zum Bärsten voll ist so 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 was liegt denn da nochmal Waterproof hey Boots, wer hat die Boots dahin getan die waren doch schon glaube ich da ist da gleich mal eine Dose Fisch hier da ist da gleich mal eine Dose Fisch hier ja blöd dass man Racks nur zu einem 6er Stapel stacken kann komische komische Zahl oder ja 6 das Maximum tatsächlich die Häuser da hinten sehen interessant aus ja es ruckelt auch ganz schön hier finde ich boah was ist denn das? das sind alles neue Arten von Gebäuden hier ok da rein irgendwie ach das ist doch wie so ein Tankstellenhäuschen äh gehts hier auch aufs Dach ah ich kletter mal hoch ja gehts hoch oder das? hier liegt nix ich glaube da ist nix hallo da oben liegt was auf dem Dach auf dem Bütchen läuft da rum hier ja geh her damit stimmt hier liegt wieder Essen und alles und Gaskoche hey Mülltonnen ich möchte drinnen wühlen geht nicht und? oh jetzt habe ich grad meinen Schatten am Baum gesehen und dachte er wäre ein Spieler schreck lassen nach ey da vorn steht ein Zombie glaube echt? naja ganz hinten soll ich schießen? ach da kann man warten bis er kommt oder? das schallt doch durch die ganze Stadt dann kommen aus allen Ecken zum ich so wo? gehen wir denn jetzt rein? links rechts ich trau mich hier grad mal das ist Baugroß hoch ja seht ihr mich? ja schon aber wir sind jetzt grad das andere Gebäude ok was ist das Dach? Messer oder? Kitchen Knife was ich hier will eigentlich Kitchen Knife liegt hier man sonst seh ich hier nix ja super jetzt bin ich hier hoch und wird nicht mal belohnt was ist denn ein Laden hier oder was? ich schau da wegen merkwürdiges das komische Haus würde ihn da in so aber hier liegen Haus wohnen shotgun rounds auf dem Boot Handschellen hast du auch einen Schlüssel dazu? ne aber die gab's doch schon öfter mal haben wir bloß immer weggehauen ja das liegt doch walkie talkie das liegt doch walkie talkie toll bist du wieder runter Martin? ja ja wo ist denn der Silvio jetzt? nur auf der anderen Straßenseite ja ich glaub ich hab den Zombie gehört ich hab ihn auch gehört naja kommt ne doch nicht das seid ihr ich seh euch durch das Fenster naja ich hör bei den Zombie immer noch ich hör ihn auch ich bin grad ganz oben im ich seh von hier aus aber nur euch kein Zombie nicht dass der im Gebäude ist bei dir ja das kann auch sein oder hinterm Gebäude geh wieder runter er ist frustriert ja wahrscheinlich will er zu mir wo ist der denn der Knallkopf? ach dann ich komme raus ein Orgelhaven Silvio hinter dir hinter dir naja naja der lebt noch oder? ne ist für mich tot glitscht gerade rum ja ich hätte es beinahe geschossen da hätte ich dann durch den durchgeschossen vielleicht irgendjemand von euch gebraucht nicht nicht machen wir ne es war Glitch Zombie der Glitch Stimme noch weiter das war eine ganz schön große Stadt oder? mhm da hinten ist der Supermarkt oh Gott wie weit geht denn das hier nach? pfff jetzt habt ihr hier schon alles durchsuch äh nur sporadisch also ich bin jetzt auch hinter Martin her in den Supermarkt weil da gibt es interessantes Loot manchmal ja ich suche so ein bisschen die interessanten Gebäude aus ein Zombie ah ist bei mir water purification was ist das? äh tuner hey was ist das? das kenne ich noch nicht was denn? turn on weapon flashlight was hast du da? ja irgendeine Lampe oder was da rumliegt was ist das? zeig mal es scheint eine Lampe zu sein let me see man kann es nicht nehmen eh turn on was ist denn das? ich stell dir vor das wäre sowas wie eine Mine oder so und wie ach was ist denn das? boom turn on das ist eine Granate die machst aber nicht an oder aus ich hör schon wieder nen Zombie ich hör keinen Martin oh jetzt hab ich ihn gehört nicht dass der hier reinkommt wo ist denn der? blöd wenn man die hört aber nicht nicht sie hey hier ist Klebeband oh hast du noch Platz für das Einzelstecken? ja für was? muss ich was essen? ja aber du sagst mir wo du bist weil ich weiß echt nicht dafür braucht man das kann schon ein Pack ich möchte versuchen glaube ich die beiden Magazine kombinieren kann die ich hab aber ich glaube es gibt 60er Magazine ich weiß nicht wie man die macht hier wäre noch ein Kompass der mitscht hab ich selber hab ich selber und nochmal eine Dose Sardinen und ein schwarzer Hoodie also wir sind bei dem Supermarkt Silvio ja ich weiß ungefähr wo ihr seid das Auto wann gibt es endlich Fahrzeuge das wäre auch cool komm jetzt mit so einem Bus rumfahren hier hey was ist das? ja wo bist du denn jetzt ungefähr weil jetzt laufen wir gerade wieder alle auseinander naja ich komm gleich wieder auf die Straße der Martin ist schon ganz unruhig ja wir können ja gleich auf dem großen Platz treffen also mit freien Flächen und das Yellow Bandana Cap das sieht aus so ein Kopftuch da ja aber das sieht so ganz grell aus nein das ist die Frage was wir jetzt alles gelootet haben was nicht sollten wir jetzt gleich ausloggen ja ok